Als ich vor 25 Jahren Katan entwickelte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es so erfolgreich werden würde. Ich wollte ein spannendes Besitzungsspiel entwickeln, das die Familie oder Freunde zum Spielen zusammenbringt. Zusammen mit meinem Vater und der Familie in Katan zu arbeiten, ist fantastisch. Eine Sache, die ich mich immer fragte, war, wie können wir Katan weiterentwickeln in Zukunft? Hallo, Benny. Hi, grüß dich. Alles gut? Ja. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Mensch, eine Feuerbrille. Hey, das ist der Katan. Hey, das ist der Katan.